Indoor-Kletterhallen ermöglichen Sport und Spaß zu jeder Jahreszeit. Klettern kann man allein oder in der Gruppe. Es ist gut für die Psyche, für die Körperhaltung und für den Rücken. Es trainiert alle Muskelgruppen und fördert das Gleichgewicht. Das Überwinden eigener Grenzen stärkt das Selbstbewusstsein. Seile und Matten schützen vor Unfällen. Klettern ist auch für Kinder und Anfänger ein unvergessliches Erlebnis. Diesen Ratgeber widmen Ihnen die Freizeit- und Sportbetriebe in der WKO Oberösterreich.